Hey Netsch, willkommen zu weiteren folge von pausenbundertura Ich geb hier grad die Erde ab Mitten wir das schon mal fertig haben Hoffen wir das die Erde reicht Das registriert wird Ja doch Das verkaufen wir Perfekt Ihhh ist er doch gar nicht 5.000 Ball Ich seh nicht wo ich hinfahre Aaaaaaah Und sehr interessant für dich Die ganze Größe So, jetzt fangen wir wieder zu Firmen genannt Aber wir brauchen nur noch die Sachen Danke Vielleicht ich räume mal ein bisschen Bosch So viele Sachen muss ich heimfahren Hauh 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 Ohne Schild mitzunehmen vielleicht Ah Gott ich bin ja auch mal gespannt war eng spartes parkhaus und war das krankenhaus wenn die stufe 19 bist du also stufe 20 oder wenn ich du bist du achte so halb dreiviertel voll aber ich habe die schule und ein paar windräder zu bauen und auch genug sondern müssen besonders aufdrehen achtung kehl auf der straße rüber mann 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 immer schon gucken ob da das auch verrichtet angefangen empfehle ich immer oder so verrichtet ich sagen muss ich dir doch pack an eine ahnung du bist es bei fiddlen oder so wie geht es nicht gefahren wenn der verstehe warum hier auf dich steht wir können nacht gibt auch dringend so eine sache wo so nix und damit ändern soll aber nacht gibt ich bin grad nur in die betonpumpe rein vor allem sehe ich den nkw da fliegen ja der hat eben schon mal gewackelt wie du weggefahren bist da war dann mal brauche ich nur noch die sachen jetzt gell da ist hier eine betonpumpe weg wo wir noch was gießen müssen ok dann bitte fimmeln ok dann betonpumpe weg ok dann bin ich wieder irgendwas auf dem feld in den dorf stehen steht denn da jetzt schon wieder rum ist kein ja und der volvo steht jemals dort zu marsch war ich mal wieder weiter mit dem betrug vergast wieder eine mauer oder das auto ist auf doch eindeutig vorfall die verrückten leute nein möchte ich nicht eine flasche auf ich mache das loch wieder voll machte diese leute aha ich mache mal schnell das ist los das ist keine ahnung hat die überhaupt gesichert ja ich habe alles andere frage wo ist die wandkontierung und die ganze er gab es noch mal drauf was er kam ist noch mal ein baustoff hinter und lad wenigstens mal den bacher auf den gehe ich die scheiße und ja ich freue mich ja schon auf aber irgendwie bin ich gerade zu fahr ich war ja gerade gegen jede scheiße hier im fest stützen einfach ach jetzt soll er weil ich war ja gerade mit dem bacher steht das auto sind da mann 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 damit haben wir schon sieht aus wie so eine zuckerstange rot-weiß gestreift so bagger packer 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 zurück ein radlader packer raubger ach so geht richtig sieht aus so ein betonkübel probier jetzt mal was das betonkübel dahin den weg und stets doch mit bagger weg weißt du was uhrpark ne warenlager ist grabenbeton rücksetzen ja danke da jetzt aufladen habt ihr mich nicht so ganz warum vielleicht weil da noch ein schauber drauf ist da wackelt irgendwas ist auch knapp er steht auf der helikopter nicht geliebt platz in den packer schon wieder nicht du hast du bist beim ding gerade alter bagger der ist befestigt jetzt ist er befestigt wo bist du eigentlich gerade Ah, okay. Ups, falsch, falsch. Oh Gott. Ich glaub da starten auch noch, oder? Ich hab eingefarkt. Ja, ich seh's. Ist der bei dir auch grad so geflogen, oder? Ich würde es dir jetzt mal... Wo ist jetzt eigentlich der Betonkübel? Zuhause, warum? Wo muss die Scheiße hier jetzt hin? Wahrscheinlich aufs Haus. Im Helikopter oben. Wo kommen eigentlich auf einmal die Rohre her? Das Rohre? Ist das im Loch, oder was? Der mit dem Britschen... Ja. Was ist denn mit dem Britschenwagen los? Ich weiß nicht, aber du hast eben grad den anderen Sport da bis weit geschossen, gell? Ja, aber die hier backen die Paletten, die ich geholt hab, auch rum. Ich bin die linke Bord, was auch eingeklappt, oder? Das ist dann bei mir so. Das heißt, bei mir ist die Zeige, ich glaub. Ja, bei mir schon, das ist wirklich... Ich glaub, deswegen back da ein bisschen was rum. Oh, wieso bremsst du denn schon wieder? Mann, pick doch einfach ab. Ups, nori. Fack, da ist ein bisschen breiter, ist ja egal wie klar. Hab da so ein Auto mitgenommen? Wenns hab ich so'n Geräusch gehört. In dem Brückspiegel hab ich grad so'n Laterne fliegen sehen. Ist der schon wieder umgefallen? Wer? Der Britschenwagen. Was machst denn du? Machst du mir der Karre? So, ich bin, glaub ich, im 4 Millen. Puh. Wird dann halt mal ein paar Grad. Ja. Alles rum in der Stelle. Nein, egal. Abkoppeln und dann schnell. Ordnung haben wir auch keine Aufziehgelände, gell? Ach. Ich steh' alles kreuz und quer. Ähh... Raupenbagger. Perfekt. Ich mach' hier die Mission und alles, und bekomm' nur einen geringen Anteil am Geld. Ja? Ich mach' die ganze Scheiß. Ist das doch gerecht aufgeteilt, oder? Hey, ich räum' hier meine Maschinen auf, also. So, Baustelle ein. Ja. Oh, Taxi. Ey, sie landen nicht hier unten, halt. Puh. Ähh... Ähh... Ich wollte gerade eben fragen, ob du den Kran auch brauchst. Hast du mal schnell gesagt? Hm? Ich wollte gerade fragen, ob du den Kran auch brauchst. Ähh... Ich kenn' den Helikopter. Den Helikopter. Ach. Wo ist der eigentlich? Da oben. Die Dreck. Aua. Oh, hier. Wo ist die Scheiße jetzt hin? Oh, ne. Hier. Aua. Aua. Muss da jetzt auch reinsteigen als Beifach? Weiß ich jetzt nicht. Spiel mal gleich mal. Aber dann soll ich. Das ist ein Wechsel, sag' Bescheid. Oh, ne. Geht eigentlich. Äh... Aussteht. So. Schleige ein. Ich bin im... Firmgelände. Schleige ein. Oh, ne. Was ist denn du? Neben dir. Irgendwo. Ähm... Komm mal da unten vielleicht. Siehst du das? Wie du da unten sitzt? Ähh... Wieso sitz ich da unten? Wieso sitz ich denn da unten? Aua. Ähm. Ach, geil. Nicht mehr da unten. Nicht mehr da unten. Das will ich. Nein, bei mir nicht. Bei mir fliegst du so knapp über den Boden drüber. Oh, ne. Ey, fahr mal zu dem, äh, Ding davon. Äh, ich würd jetzt dann aufhören. Was ist schon mittlerweile hier? Ah. Wo war ich? Bei der Statue, die wir letztendlich gestaltet haben. Wolltest du dir angucken? Sieht aus wie ne Statue. Ja. Ja. Oh, ne. Wunderschön, gell? Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Aufhören. Kann ich mal aufhören so dick die Maus rum. Ähh, jetzt zeigt der. Was? Was? Hey, jetzt sitzt ich in dem Weg. Ich hab dir gar nicht raussteigt. Wenn du über das Haus gepackt hast. Wird ja fast jeder weg. Danke euch zu schauen. Leider. Ich fand das. Ich hoffe es in der nächsten Folge. Tschüss.